torpedos sind übrigens meistens auch schneller wie meine wo die japaner langsame torpedos haben dafür aber mit mehr reichweite ja 68 knoten ist auch nicht viel gerade was ich habe das war nicht glaube ich langsamer tatsächlich 65 knoten 68 knoten habe ich aber dafür habe ich bei mir ist es noch ja aber die zielmarkierung die da muss immer das vor und dahinter zweist was ich auch schade finde ist dass der träger meistens derzeit nicht gut aufklärt würde der ein bisschen mehr aufklären könnte ich besser planen könnte mehr raus holen weil du siehst ja der fliegt schmiede über die komplett verkehrte richtung weil du gleich da aus wo weniger leute sind und nicht da wo mehr sind alles ich mache ich habe hinten karten ich fahre mal hinten klicken wir den kartenrand ab erstmal aufklären wo es alle stehen ja ist mein meister auch und dann pick ich mir die leute raus hier schön an zum teilweise einzelfahren das überleben der flugzeuge nicht war ja selber ganz gern war flugzeugträger ja zack da habe ich mein problem dann hast du mit der reichweide problem da musst du gucken macht dann macht die kreise rein das problem ist dass der eben gerade erst dann aufgegangen ist wo ich auch aufgegangen bin so und jetzt bin ich natürlich wieder komplett aufgeklärt unnötigerweise nur weil der scheiß flugzeugträger nicht seine aufgabe macht gut ich bin wieder komplett offen das schnaderige grüßt schon jetzt erst mal eine führung fähig ist ja 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 du Ich habe mich wieder abhauen, schnell wieder und zu weit vorne. Und da vorne fährt auch noch das U-Boot, ich kriege das Kotzen. Und da vorne fährt auch noch das U-Boot. Gegnerischen Kreuze entdeckt. Und der dreht schon wieder ein. Meine Fresse, gebt mir das auf den Geist. Wir haben die DDR so viel schwerer gemacht seit dem scheiß letzten Update. Wahrscheinlich wegen diesen Kack-U-Booten. Abdrehen, weggehen erstmal. Das bringt mir nichts. Ich bin außerhalb der Torpedoreichweite. Erstmal rausgehen, erstmal rausgehen. Geh weg erstmal. Ne, ich muss ja angreifen. Ich bin außerhalb meiner Torpedoreichweite. Ich bin außerhalb der Torpedoreichweite. Ne, nehme ich aber höchstwahrscheinlich noch mit. Ich nehme ihn nicht mit, weil er die ganze Zeit auf halbem Schub fährt. Ich finde das so wie das aussieht. Außer das Treffen wirklich noch 3-4 Torpedos. Ja, trifft noch genau. Ne, zwei. Aber der hat einen Wassereinbruch. Gleich zwei Stück davon. Die er noch nicht repariert hat. Jetzt hat er sie repariert. Ne, 3 Torpedos hat er den Gipfel. Jawoll! Hahaha! Das ist so gemein mittlerweile, dass wir einfach die U-Boy-Zerstörer so verdammt runtergerankt haben. Gehnen. Generaloffensive. Pass. Generaloffensive. Pass. Bei euch ist es ein Zerstörer oder U-Boot. Bei uns ist es wahrscheinlich drin. Zerstörer sieht danach aus. Nicht das richtig sind. Kommt davon. Du siehst mal wieder, dass der Flugzeugträger eine entscheidende Rolle hat, die er komplett verkackt hat. Was mir komplett natürlich das Leben gekostet hat, weil ich mich natürlich erstmal mit einem Scheiß DD abkriegen musste. Deine. Verwinde ich so einfach nicht Knut! Halt mich so fortan! Nachbuch ich so gut! Ich bin schon bei mir. Ich bin schon bei mir. Ich bin von euch. Sie sind von euch. Ich bin schon bei mir. Ich bin schon bei mir. Problem gelöst! Gegnerischer Kreuzer versinkt! Ah, mein Tropierdruck auf den Arsch! Jetzt hattest du gut Trophedos werfen können. Ne, mein Tropierdruck auf den Tropierdruck. Ach, komm! Mist. Ah, scheiße. Ja, für das Schiff rausgeholt. ist 991 wolf grüß dich doch klar kannst du mitspielen wenn du willst welche größe hast du an schiffen ja klar aber unser cv hat dich mal echt hart reingeschissen keine ahnung das ist das erst mal gut zu wissen keine achnung welches tier ist denn keine ahnung ich kenne keine ahnung als tier nicht was hast du für wie groß sind deine schiffe sagen wir mal so in welchen welchen level bereich so von 1 bis 10 von 1 bis 10 wie gut ist dein schiff ja